In seiner aktuellen Kolumne in der Zeit schreibt Harald Martenstein über einen Massenmörder namens Molotow und die Geschichte seiner Frau Polina. Molotow war sozusagen der ausführende Massenmörder unter Stalin, starb aber selbst unter bequemen Lebensumständen fast hundertjährig, ohne je für seine Taten belangt zu werden. Seine eigene Ehefrau lieferte er der Verhaftung aus, aber Stalin starb rechtzeitig vor ihrer Deportation und so zog Molotow wieder mit seiner Frau zusammen. Seine Morde, so berichtet Martenstein zum Beschluss, rechtfertigte er bis zuletzt. Übergangslos folgt, Stalin war schlauer als Hitler, das ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden. Kann sein, muss aber nicht sein, nach welchen Maßstäben will man das beurteilen? Und vor allem, wozu erzählt Martenstein die Geschichte? Ist heute Gedenktag? Der vorletzte Satz verrät es. Heute, so behauptet Martenstein, ist es bei uns fast ein Tabubruch, linksradikal und rechtsradikal gleichzusetzen. Ach, dafür muß die Geschichte herhalten. Man soll die heutigen Linksradikalen für genauso böse und gefährlich halten dürfen wie die heutigen Rechtsradikalen, denn laut Martenstein tragen heute Molotows Namen etliche Bars und Clubs. Unter links- und rechtsradikal kann sich dann jeder konkret reindenken, was er will. Hitler, so schlimm wie Stalin, Antifa, so schlimm wie NSU, die Linke, so schlimm wie die AfD. Ich will hier nicht weiter ausführen, inwieweit die Anwendung der Begriffe links- und rechtsradikal auf Hitler und Stalin historischen Unverstand ausdrückt, denn historischer Unverstand kann nicht Martensteins Problem sein, er ist Autor bei Gio Epoche. Was ist es dann? What about ISM in demagogischer Absicht? Wie auch immer, der Tagesspiegel hat zwischen 1990 bis 2018 169 Todesopfer rechter Gewalt ermittelt. Dem stehen laut Verfassungsschutz zumindest bis 2017 null Todesopfer linker Gewalt gegenüber. Aber dafür etliche Molotow-Bars. Laut Google sind es in ganz Deutschland genau vier.